Herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von AFM. Heute geht es um das Biegelknicken der Stiele in der Rahmenebene. An einem modellierten 2D-Rahmen werden wir Knicklängen ermitteln und mit Formeln aus einem Bautabellenbuch vergleichen. Danach erstellen wir aus dem Ausgangssystem ein 3D-Modell und betrachten dort die Knickfiguren des Gesamtsystems und deren Knicklängen. Beginnen wir wieder mit den Basisangaben. Es bleibt der Modelltyp 2D eingestellt und auch weiterhin wird ohne Norm gerechnet. Hier habe ich den 2D-Rahmen schon formodelliert. Die verwendeten Querschnitte dazu findet ihr unten in der Tabelle. Ein Lastfall 1 ist auch schon angelegt, in dem ist das Eingewicht vernachlässigt, genauso wie in der Handrechnung. Wir fangen jetzt an und zerteilen den rechten Stab, da in Folge von Kranbahnen oder Anschlussriegeln auch noch zusätzliche Kräfte eingeleitet werden könnten. Ich wähle hier drei Unterteilungen. Okay. Wir arbeiten heute mit dem Zusatzmodul RF-Stabil. Das finden wir im Projektnavigator. Ein bisschen weiter unten. Das legen wir uns jetzt als Favorit fest. Dann ist es immer unser erster Eintrag unter den Zusatzmodulen. RF-Stabil berechnet mit der Standardeinstellung Eigenwertanalyse die Verzweigungslastfaktoren. Dies erfolgt rein linear und am globalen System. Die Verzweigungslastfaktoren sind abhängig von den vorhandenen Normalkräften in den Bauteilen und deren Steifigkeiten. Werden nun diese Faktoren mit den vorhandenen Normalkräften multipliziert, ergeben sich die Verzweigungslasten. Und im letzten Schritt werden daraus die jeweiligen Knicklängen berechnet. Im Startfenster können wir verschiedene Parameter für die Stabilitätsuntersuchung festlegen. Sie ist die einzige Eingabemaske des Moduls. Also schaut sie euch genau an. Wählt den richtigen Lastfall, Lastfallkombination. Ich wähle jetzt eine Anzahl von 5 Werten und entferne unter den Optionen die entlastenden Effekte durch Zugkräfte und die Anfangsvorspannungen. Noch ein Tipp. Unter der Option Teilung auch bei geraden Steben aktivieren können lokale Instabilitäten ausfindig gemacht werden. Das ist super bei komplexeren Stabtragwerken. Dann können wir jetzt berechnen. Als erstes sehen wir hier die Verzweigungslastfaktoren. Für jede Eigenform ist die niedrigste angegeben. Bei uns ist gleich der erste mit 17,53, der gesuchte. Und die dazugehörige Knicklänge ist die 10,89,5. Die Knicklängen beschreiben das Knickverhalten rechtwinklig zur Stabachse. Hier ist es um die Y-Achse, also in Rahmebene maßgebend. Sehen wir uns den Vergleich zur Handrechnung an, haben wir eine sehr gute Übereinstimmung zu sehen. Das sind gerade mal 1% Unterschied. Also sind die Rahmenformeln zur Vorbemessung von Standorteilen echt geeignet und das Eingewicht ist im Vergleich vernachlässigt worden. Bei den Stabteilungen haben wir aufgrund der konstanten Normalkraftverteilung auch die gleichen Verzweigungslastfaktoren. Und somit sind auch die Knicklängen gleich. Hier sehen wir nochmal die erste Eigenform. Fangen wir jetzt an, unser 3D-System zu modellieren. Unter den Basisangaben stellen wir einfach auf 3D um. Da müssen wir noch ein paar Anpassungen vornehmen. Wir löschen zuerst die Stabteilungen und verschmelzen die Stäbe. Und erledigt. Dann müssen wir die Lager noch anpassen. Im 2D ist nur das Momentengelenk um Y frei. Jetzt brauchen wir noch das um X. Müssen wir auch noch freigeben. Schalten wir hier nur auf gelenkig. Okay. Die Belastung wird jetzt noch gelöscht. Wird später eine Flächenlast erzeugt, dann von einem Kilo Newton pro Quadratmeter. Wir kopieren uns noch den Rahmen. Und zwar 3 mal. Im Abstand von 5 Meter in Y-Richtung. Unter den Detaileinstellungen erzeugen wir zwischen den Knoten noch Koppelstangen. Dazu erzeugen wir erst Linien und dann Stäbe im FEM. Da wir nur noch Druckkräfte übertragen, wählen wir uns als Stabtypen den Fachwerkstab aus. Und vom Querschnitt, den können wir auch gleich nehmen. Den habe ich schon festgelegt. Das war den Rohrquerschnitt. In dem Menü ist es noch möglich, die Belastung mitzukopieren. Hier zeugen wir uns aber in 3D. Okay. Erst wählen wir noch die Windverbände. Die erzeugen wir uns jetzt unter Extras. Und dann ganz unten Verbände in Zellen. Nehmen wir den Kferrschnitt noch, den 12er Rundstahl. Und wählen wir uns noch die Zellen aus. Die Verbände packe ich hier in die mittleren Felder. Und dann haben wir das System auch schon fertig. Erzeugen wir uns gleich noch die Belastung. Als Flächenlast. Da habe ich jetzt 1 Kilowunten pro Quadratmeter. Und definiere mir noch die Eckpunkte. Okay. Die Lasten will ich jetzt natürlich nur auf dem Rahmen haben. Dafür selektiere ich mir jetzt noch die Koppelstangen. Klicken wir 1 an und dann haben wir die Lasten nur auf dem Rahmen. Okay. Dann haben wir nochmal ein Kontrollfenster für die Flächen- und Gesamtlasten. Ja, die Gesamtlasten können wir uns noch getrennt anzeigen lassen mit der rechten Maustaste. Auf die Last drauf. Haben wir jetzt als Streckenlasten. Das ist auch super. So, nehmen wir noch die Koppelstangen hier unten weg. Da brauchen wir sie nicht. Und dann können wir unser System auch schon berechnen lassen. Wir bekommen hier eine Instabilitätsmeldung. Dazu gibt es mehrere Beiträge auf dem Dubai-Blog. Die findet ihr jetzt hier im eingeblendeten Link. Um dem Ganzen entgegenzuwirken, bringe ich auf dem Windverband eine Vorspannung auf. Schalte mir den ganzen aktiv. Und die Vorspannung bringe ich auch als Staplast hier auf. Von 1 Kilo Newton. Das sollte auf jeden Fall nicht mehr wie 5% der Grenzzugfestigkeit des Bauteils entsprechen. Ich schalte mir wieder alles aktiv. Und das berechnen. Okay. Ja, da haben wir gleich die Biegermomente. Das hatte ich mir schon eingestellt. Bei euch sind vermutlich die Verschiebungen angezeigt. Aber das könnt ihr alles wie gewohnt links im Ergebnis-Navigator einstellen. Ja, jetzt gehen wir runter in den Zeigen-Navigator und gucken uns die Nummerierung einmal an. Weil das ist halt super für die Strukturierung des Projektes. Die wollen wir jetzt noch automatisch anpassen, um zu markieren was. Ich habe mir das jetzt so festgelegt, dass das von links nach rechts und von vorne nach hinten durchnummeriert wird. Okay. Und ich selektiere mir jetzt diesen Rahmen. Ja, unter Selektieren speziell. Oben in der Ergebnisse, in der Symbolleiste. Dazu brauche ich mir nur die Stäbe angeben. Okay. Ja, aus dem erzeuge ich mir jetzt eine Ansicht. Und die können wir dann ins Ausdruckprotokoll mit kopieren. Das ist halt immer sinnvoll, Ansichten zu haben. Wenn wir jetzt in Ansicht sind, dann können wir es auch gleich mal berechnen. Und die Einstellung belasse ich dabei, wie wir sie vorhin hatten. Hier haben wir den Verzweigungslastfaktor bei 16,88. Das ist etwas geringer als vorhin die 17,53. Aber im Allgemeinen kommen wir somit mit der 2D-Vormemessung ganz gut hin. Und die Knicklängen sind auch nicht so weit von unserem 2D-Raum entfernt. Hier haben wir 11 Meter. Ja, jetzt möchte ich noch die maßgebende Knickfigur ins Ausdruckprotokoll nehmen. Dafür erzeuge ich mir dann gleich eine weitere Ansicht. Aber erst mal stelle ich mir die Querschnitte noch farbig da. Okay. Das ist nämlich Ansicht-Knickfigur in der Rahmen-Ebene. Ja, oben links enthält die Ansicht dann auch noch die Eigenformnummer sowie den Verzweigungslastfaktor. Ja, soweit zur Modellierung. Gehen wir zurück ins 3D. Und schalten auch gleich wieder alles sichtbar. Betrachten wir die Gesamtknickfiguren. Ja, die sind halt super, um dann eine RF-Imperfektion zu erzeugen und sie entsprechend anzusetzen. Das bietet dann die Möglichkeit für die Grundlage der Bemessung nach Theorie zweiter Ordnung. Ja, das war's auch soweit. Ciao und viel Spaß beim Modellieren und Rechnen. Ja, das war's auch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017